Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Boah, ich find's so geil, dass ich das endlich sagen darf. Okay, wir sind jetzt hier in den Ruinen, immer noch, und ich hab was rausgefunden, das Menü ist auf Bau. Okay, wir sind in den Meeressruinen am Steinsteig. Wir haben jetzt momentan zwölf Potions und drei Phoenix Federn. Wichtige Alters haben wir noch gar nichts, aber Ausrüstung haben wir einen Langschwerter und einen Buckler. Abilities haben wir keine Ekstase. Okay, okay, das erklär ich später, wenn es irgendwann relevant wird. Wir laufen jetzt am besten mal hier rum. Ganz wichtig, erstmal hier entlang, weil man hier noch etwas absnacken kann, das uns schon noch verdammt hilfreich sein würde. Hier ist noch eine Tue, mit einem High Potion. Ich find's einfach nur episch hier. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Monster. Oh nein. Oh nein. Monster. Und wir haben direkt einen Hinterhalt. Ah, perfekt. Wenn das in der Kampfmusik ist, find ich aber nicht so pralle. Also wir müssen, kann doch mal passieren, dass wir unter Wasser kämpfen müssen. Dazu aber dann später erstmal. Ah, easy going hier. Aber irgendwas stimmt doch nicht. Regel Nummer zwölf. 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 Es gibt immer einen größeren Fisch. Oh, oh. Oh, der ist verdammt gepanzert. Auch diesen Kampf können wir nicht verlieren. Ja, erhalbi nämlich auch mit jedem Angriff unsere HP. Also hier, ein Tanksbrändis verschwindet. Okay, die Musik ist wiederum geil. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Los, Wim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Kalt. Leid. Feuer. Das kann ich mir vorstellen, dass es hier kalt ist. Eine erloschende Feuerstelle. Okay. Mit Feuersteinen und Zunder lässt sich hier bestimmt ein Feuer entfachen. Ja, ganz wichtig. Hier gibt es jetzt noch ein paar Sachen abzustauben. Und zwar hier einmal eine X-Potion. Hier durch können wir nicht. Können wir hier... Nein. Okay, die Musik ist echt genial. Hier haben wir dann noch eine... eine Äther. Oh, was haben wir hier? Verwältigte Blumen erhalten. Dann schauen wir uns mal hier oben rum an. Was um? Und zwar kommen wir dann hier zu... einer High Potion. Können wir auf jeden Fall jetzt am Anfang noch ziemlich gut gebrochen. jetzt, wo wir noch verwundbar sind. Aber wir müssen uns noch mal weiter umschauen. Zunder haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch Feuersteine. Hier ist noch ein Spheroid. Hier sollten wir uns auch auf jeden Fall einmal erholen und speichern. Dann einmal hier rein. Was haben wir denn hier? Hä? Feuersteine. Was ist das hier? Ich kann mich auch nicht an was erinnern, was hier drin war. Ne, das war's. Dann zünden wir mal die Feuerstelle an. C. Jo. Boah, Gott sei Dank. Das wird zum Aufwärmen. Junge, 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 da muss es echt kalt sein. Weil schon hier die Atemwolken zu sehen sind. Oh, oh. Oh, Mann. Aber wo zum Henker sind wir? Ich brauche Essen. Müssen wir jetzt mal was für Essen sammeln. Was willst du? Es war ein schlechter Begriff. Dein Team hat sich verloren, wegen dir. Du kamst, dass du das sagst? Es hat zehn Jahre lang. Ich dachte, du wirst schreien. Wer? Ich? Du wirst schreien. Was? Schon wieder dieser Junge? Oh nein, das fällt jetzt aus. Was war das? Was war das? Hey, warte, warte, warte. Nicht auf mich gehen. Na, na. Halt einfach. Ich bekomme mehr Holz. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh nein. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt dürfen wir gegen einen Krick kämpfen. Das ist jetzt, glaube ich, auch der erste Kampf, den man verlieren kann. Also jetzt wird sich schon, muss schon ein bisschen besser aufpassen auf seine HP. Rechts sieht man auch immer wieder die Leiste, wenn man dran ist. Da kann man schon mal planen, wer nächstes dran ist. Weil jetzt können wir uns einmal mit einer Potion heilen. Und 200. Und nun mal angreifen. Was ist jetzt los? Wow. Unterstützung. Oh, und die Kleine da kämpft wohl mit uns jetzt. Und der Kampf hin von vorne an. Handgranate benutzen. Unter den Items befinden sich spezielle Gegenstände, wie zum Beispiel die Handgranate. Solche Items sind nur im Kampf verfügbar, und zwar im Spezialmenü unter Benutzen. Dann machen wir das mal einmal benutzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sie haben es geschafft, die Lecks zu beheben. Jetzt hier würde ich einfach mal einmal klauen. Damit werden wir nochmal den neuen Handgranate fielen. Und du benutzt jetzt mal den High Potion auf, ja, auf ihn, auf Tidos, bitte. Äh, ne normale Potion, nicht ne High Potion. Sehr schön, Crit. Du greifst nicht normal an. Du... Ne, du klaust normal. Zwei Handgranaten, perfekt. Und jetzt kannst du eine Handgranate werfen. Und das war's. Das Vieh ist da. Erhaltende AP. Eins. Und Tidos hat ein S-Level. Was ist ein S-Level? Das erfahren wir noch später. Und wir bekommen zwei Abilities-Sphäeroiden. Was das ist, erfahren wir später auch noch. Oh, wir haben's geschafft. Oh, wir haben's geschafft. Oh, wir haben's geschafft. Oh. Hey, lass mich gehen. Oh, oh. Friedeck Drac. What? Die Wien. Die Risse. Tertiaka. Monster? War. In der Kuh. Dammit. Fed. Friedeck Drac. Drac. Ich bin der Drac. Ich bin der Drac. Ich bin der Kuh. Okay. Wow. Wow. Oh oh. So. Jetzt ist die Kacke wohl am Dampfen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh oh man. Schon wieder diese Typen. Wow. Das muss wohl der Chef sein. Was? Was? Find ich ja geil was hier der Typ hier in der Katze gesagt hatte. Ganz wichtig. Hier. Was haben wir denn hier? Ein All-Bett-Lexikon Band 1. Fortschritte in All-Bett gemacht. Y ist A. Titus nun ist nun ein All-Bett-Heimek und in fremden Zungenreden. Errungenschaft freigeschaltet. Gut. Nochmal aufgetankt. Ich bin schon 40 Minuten am Zocken, Jo. Gut. Los, Metal. Sag mal an. Das Sphärobrett. Jetzt wird's lustig. Das Sphärobrett. Die Statuswerte der Charaktere entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett Sphäroiden eingesetzt werden. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Das ist geil, find ich. Wenn Sie das Sphärobrett vom Menü aus anwählen, springt der Cursor auf den angewählten Charakter. Sie können den Cursor mit dem Feiltasten bewegen. Wenn Sie nun auf das Sphärobrett schauen, sehen Sie Felder. Aufsehen zum Beispiel A-Ferkraft zu erhöhen und Abilities zu lernen können. Dies sind sogenannte Aufbaufelder. Durch das Freisitzen dieser Aufbaufelder wird der Charakter aufgebaut. Der Charakter muss in die Nähe des Aufbaufelder gebracht werden, um es freizusetzen. Gehen wir erstmal schrittweise durch. Wenn Sie C drücken, kehrt der Cursor auf den Charakter zurück. Ein Menüfenster öffnet sich. Werden Sie es bewegen. Felder, auf die Sie sich bewegen können, leuchten auf. Der Bewegungsbereich hängt vom S-Level, Sphäro-Level des Charakters ab. Der S-Level steigt, wenn man an Kämpfen, Teilen und genügend AP sammelt. Ein Charakter erhält nach dem Kampf AP, die zum Erhöhen des S-Level des Sphäro-Level dienen. Wenn Sie sich auf dem Sphäro-Level bewegen, verbrauchen Sie das Sphäro-Level. Nimmt ein Charakter nicht am Kämpfen teil, erhöhen sich weder seine AP noch der Sphäro-Level. So bleibt der Charakter immer schwach. Zur Zeit ist Tidus auf Sphäro-Level 4. Er kann sich also vier Felder bewegen. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu weit bewegen. Sie können dazwischenliegende Aufbaufelder verpassen und damit den Aufbau des Charakters verzögern. Bewegen Sie sich also nur ein Feld und erlernen Sie die Abilität anfeiern. Sie brauchen nicht direkt auf das betreffende Feld vorzurücken. Sie können es auch vom Nachbarfeld aus freisetzen. Wählen Sie Ihren Zielort. Setze ich der Charakter in die Bewegung, verbraucht er dabei Sphäro-Level. Ist Ihr Zielort erreicht. Werden Sie nochmal gefragt, ob Ihre Entscheidung endgültig ist. Ist sie es, werden Sie ja. Diese Wahl ist verbindlich. Sie können sich nicht mehr umentscheiden. Möchten Sie dennoch verpasste Aufbaufelder freisetzen, müssen Sie die Sphäro-Level verbrauchen und zurückkehren. Wenn ein Feld bereits passiert worden ist, verbrauchen Sie für vier Felder nur ein Sphäro-Level. Wenn Sie sich jedoch ständig hin und her bewegen, verschwenden Sie Ihren Sphäro-Level. Denken Sie also gut nach, bevor Sie handeln. Nun, wenn Sie sich bewegt haben, sollten Sie jetzt die Aufbaufelder freisetzen. Um diese Aufbaufelder freizusetzen, werden Sphäroide benötigt. Diese erhält man zum Beispiel nach einem erfolgreichen Kampf. Drücken Sie C und werden sie benutzen. Eine Liste der Sphäroiden, die Sie besitzen, erscheint. Jeder Sphäroid hat eine bestimmte Eigenschaft. Ein Kraftsphäroid setzt zum Beispiel die Felder Angriffskraft, Abwehrkraft und HP frei. Ein Abilities-Sphäroid setzt Ability-Felder frei. Sie können jederzeit Aufbaufelder freisetzen, auf denen Sie sich gerade befinden. So wie solche, die direkt neben Ihnen platziert sind. Das heißt also, vom Feld auf dem Sie sich jetzt gerade befinden, erreichen Sie nur das Ability-Feld. Folglich können Sie nur Abilities-Sphäroid nutzen. Wählen Sie nun den gewünschten Sphäroid aus. Die Aufbaufelder, die eingesetzt werden können, leuchten auf. In unserem Beispiel haben wir ein Abilities-Sphäroid gewählt, sodass auch nur das Ability-Feld aufleuchtet. Wählen Sie nun ein Feld aus. Das freigesetzte Feld leuchtet auf. Ihr Charakter hat eine Abilities-Sphäroid verbraucht und dafür eine Ability erlernt. Erholen Sie den Vorgang, um Parameter wie Angriffskraft, Magie oder die maximale HP- bzw. MP-Werte zu steigern. Benutzen Sie dementsprechend Kraft, Wunde und Zeit-Sphäroiden, um die gewünschten Werte zu steigern. Alle Aufbaufelder, die sich auf dem Sphäroid befinden, können von einem beliebigen Mitstreiter freigesetzt werden. So können auch Felder freisetzen. Sie können auch freile Fälle setzen, die bereits bevor von einem anderen Mitstreitern freigesetzt worden sind. Die Sphäroid-Stops auf dem Sphäroid sind zurzeit nicht passierbar. Wenn es soweit ist, erfolgt eine Erklärung. Soviel zu den Grundlagen. Das Sphäroid verfügt über einige praktische Funktionen. Die aktuellen Statuswerte der Charaktere sind mit V einsehbar. Darf ich anfeuern? Gut. Ziehen Sie stets die aktuellen Statuswerte in Betracht, wenn Sie Charaktere aufbauen. Mit S und D können Sie zwischen Charakteren, die Sie bewegen möchten, wechseln. Die Funktion erweist sich als praktisch, wenn Sie mehrere Charaktere aufbauen oder Ihre Statuswerte vergleichen möchten. Außerdem können Sie mit N einen Überleg über das gesamte Sphäroid gewinnen. Also, es ist schon gut, was zu kriegen. So, füllen Sie zum Sphäroid und ziehen Sie den Titus auf. Gut. Würde ich sagen, ich gebe nochmal ins Sphäroid. Moment. Ich will jetzt mal schauen. Hier ist anfeuern. Was haben wir hier? Unheil. Okay, wir gehen nach oben. Okay. Zack. Benutzen. Ability is varied. Und wir können anfeuern. Und als nächstes kriegen wir dann hier Abwehrkraft, Steigung 1, Geschick, Angriffskraft, Treffer und so weiter. Und Schüsse lernen wir hier. Dann sogar Hass und so weiter. Also es gibt hier schon einiges zu kriegen. Ups. Hier unsere Freundin hier. Müssen wir nicht aufrüsten. Können wir auch nicht. Gut. Soviel zum Sphäroid. Ich speichere jetzt noch einmal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, das wäre so verständlich für euch genug gewesen. Wenn nicht, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Und ich versuche es dann in der nächsten Folge nochmal zu erklären. Oder in einer der nächsten Folgen drücken wir es besser so aus. Aber ich glaube es ist schon ziemlich verständlich auch so. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.